So, Achtung! BAAAHAHAHAHAHA! Uhuhu! 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 Heyo Leute! Herzlich willkommen zurück zu Shine! Ja! Und zwar sind wir ja in der letzten Folge hier zu Lyskarius Haus geflogen und ja, der Gute hier hat sich hier verschanzt. Schaut mal auf die Koordinaten mega weit weg und dieses Haus, da wollen wir jetzt ein bisschen... Warte mal, was ist ein Lichtschimmer? WTF? Kann ich das scannen? LOL! Wo ist ein Lichtschimmer? Was ist ein Lichtschimmer? Ein Lichtschimmer! Komisch? Hä? Naja, egal. Auf jeden Fall porte ich mich jetzt wieder zurück denn, äh, ich habe vor jetzt ein bisschen Schwarzpulver mir zu organisieren ein bisschen Sand und hier und da und ich denke, ihr wisst dann, äh, was mit dem Haus von ihm passieren wird. Wuhuuhu, da werde ich mich mit einem Boom aus dem Projekt verabschieden. Hahaha! Das ist ja die Folge, äh, ist da oben? Ja, da ist mein Telepad. So, sehr geil. Los, pote mich. Telepad. Na los! Ich will gepottet werden! Nach Hausboot. Wuhu! Okay, jetzt ganz kurz gucken nach Schwarzpulver hier. Und das kann ich ja craften, oder? Nein, scheiße! Ich dachte, das kann man craften. Oh nein, okay, das heißt, wir müssen... Oh nein, das heißt, wir müssen... Wobei, ich guck mal, Schwarzpulver, nope! Ah, was? Warum falle ich denn immer dann das Loch da rein? Ey, wir brauchen ziemlich viel. Ich will unbedingt... Ich guck mal, ob Alex hier ein bisschen Schwarzpulver hat. Äh, so, und so. Der hat doch bestimmt hier irgendwas. Hey, so. Blöcke, Erze, USW, gecraftetes. Ne. Was hat er? Ah, der hat hier Schwarzpulver. Sehr geil. Ähm. Hui! Gehen wir mal kurz gucken. Vielleicht hat Nodop auch ein bisschen Schwarzpulver. Hui! Warte, ist da noch was drin? Schwarzpulver! Ich hab nämlich, glaub ich, keins mehr. So. Auf geht's! Warte mal! Schneller! Äh, äh... Spawn. So. Spawn. Und vom Spawn aus fliegen wir Richtung Nodop. So. Ich will nämlich dieses Haus von Liscario in die Luft sprengen. Und dazu brauchen wir natürlich Schwarzpulver. So. Auf geht's. Ach komm, dann können wir so hoch fliegen, oder? Ne, es dauert zu lange. Ne, es dauert zu lang. Ich geh so lieber. Hui! Hui! Ups. So. Und jetzt so hoch. Nodop hat bestimmt Schwarzpulver. Schwarzpulver. Buh! So. Achtung. Plopp. So. Okay. Ähm. Wisst ihr was? Ich geh jetzt mal in die Seite da rein. Was ist das hier? Ach, das ist der lange Gang, der in die Sky die Menschen führt. Okay. Doink. So. Huch. Mittlerweile kenn ich mich hier auch mega gut aus. Ich muss kurz was trinken. Mh. Ah! So. Äh. Verdammt. Da geht's mal. Lange. Ähm. Schwarzpulver. Hey. Was soll denn das? Hat er hier? Komm bitte. Komm. Nein. Warum hat er keinen Schwarzpulver? Oh nein. 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 Das hier will ich. Warte mal. Ah, nee. Hä? Ach, da hab ich. Das kann's doch nicht sein. Ich muss mir irgendwo das krallen. Sonst muss ich ganz viele Creeper töten. Und ich töte keine Creeper. Oh, da hat er eins. Eins nehm ich mir. Wow. Okay. Es hat sich nicht gelohnt. Äh. Dort vorbeizuschauen. Ich fliege mal. Ja gut. Das ist jetzt doof. Ich will eigentlich jetzt. Ähm. Warte. Wir gehen Richtung. Bedrock Dimension. So ein bisschen. WTF. Okay. Da ist ein Zombie. Ah. Vielleicht sind hier Creeper unter denen. Unter den Bäumen hier. Das sind nur Zombies. Doofer Zombie. Lol. Du bist jetzt im Kampf. Ah! Leute, das wollte ich euch noch vorstellen. Aufgrund Liscario haben wir jetzt ein Combat Logging Plugin drauf. Das heißt, sobald ich im Kampf bin, kann ich mich nicht auslocken. Und wenn ich auslocke, dann sterbe ich. Ich dachte, das zählt nur für Player vs. Player, nicht gegen Mobs. Verdammt, dann kann ich jetzt nicht mehr gegen Mobs auslocken. Oh nein! Oh nein, jetzt bin ich komplett gearscht. Anti-Dingens-Plugins. Wow. Lass mal nach unten gehen. Aber nicht komplett, warte. Da muss ich dann aussteigen. So. Wir suchen jetzt Schwarzpulver. Um das Haus dann in die Luft zu sprengen. Wow, 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 Alter. Ich bin so erschrocken gerade. So. Ähm. Was ist da? Warum ist da nichts los? Hä? Komisch. Das ist echt komisch. Voll komisch. Lass mal da lang gehen. Hui. Da muss doch jetzt irgendwo ein Creeper auftauchen. Creepy Mibi. Ey, nee. Alter, wie hat er diese Gänge hier gemacht? Mit einem Hammer, glaube ich. Kann das sein? Ui. Ähm. Wow. Alter. Ich will doch da rüber. Creeper. Mir macht das so kompliziert. So. Ich wollte nur nicht in die Lava. So. Jetzt aber. Ich muss doch irgendwo ein Creeper auftauchen. Ähm. Ey. Jetzt befinde ich mich in der Höhle. Würde ich gerne. Oh Mann. Das ist echt ärgerlich. In die Richtung vielleicht. Creeper. Mieper. Ey, Mann. Ey, Mann. Na gut. Dann halt nicht. Dann machen wir es einfach so. Wir jumpen da runter. Nee. Hui. Okay. Bedrock drei Menschen. Und dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Oh. Ach. Ich bin auch ein Baum. Von Veni. Kraft. Aber warte mal. Vielleicht hat Veni ja Schwarzpulver. Bei dem wachsen hier ganz toll die Pilze. Veni. Ich hoffe du hast Schwarzpulver. Bitte hab Schwarzpulver für mich. Ah. Das da ist ja eins von mir. Äh. Wo geht es denn hier runter? Nee. Da geht es nicht. No. Ich fall runter. Ich Idiot. No. Oh. Leute. Ich will doch nur. Ah. Boah. Er erschreckt mich einfach. So. Hier geht es rein. No. Und hier geht es auch hoch. Los. Let's go. Der du hier Kisten. Hast du hier Schwarzpulver, Veni? Äh. Ah. Was. Ich hab ne viel bessere Idee. Leute. Wir lassen Meteoriten reinkrachen. Und er hat hier Schwarzpulver. Oh. Wie geil. Warte mal. Ich kann mir doch da mit. Warte. Hä? Ah. Da mit. Okay. Okay. Ich würde gerne. Warte mal. Äh. Usage. Das hier will ich herstellen. Okay. Das machen wir hier. Äh. Ne. Halt. Die da oben brauche ich. Ups. So. Äh. 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 War da hier ein Crafting Table. Da hinten. So. Wie war das? Zack. Ne. Halt. Zack. 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 Oh mein Gott. Das wird jetzt des Todes. Oh warte. Ich sortiere es auch wieder ein wenig. Danke dass ich das benutzen darf. Vini. So. Und jetzt gehen wir hin. Und. Äh. Gucken nochmal. Äh. Usage. Das ist ein ganz normaler Meteoritenbeschwörer. Das hier auch. Unbekannter. Ich mache glaube ich einen Unbekannten. Ja. Ich mache jetzt einen Unbekannten. Das heißt ich brauche nochmal. Vier davon. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Eins. Drei. Drei. Und eins davon. So. Und dann gehen wir wieder hin. Und machen hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das hier in die Mitte. So. Ha. WTF. Mir wurde gesagt dass es so funktioniert. Ah ne. Halt. 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 Ich habe gefehlt. Sorry. So funktioniert es nicht. Tut mir leid. Es tut mir leid. So. Ich habe gefehlt. Hohohoho. Wer freut sich alles auf den Knall. Oh. Aber ich. Ich freue mich so toll drauf. Ich habe gefehlt. Oh mein Gott. Ein unbekannter Meteoritenbeschwörer. Und jetzt. Kinder. Jetzt brauchen wir noch Sand. Einen richtigen Batzen Sand. Ich fliege mal in die Richtung nach Hause. Und. 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 Werde gucken ob ich da Sand habe. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh oh. Oh oh. Ich freue mich so megamäßig drauf. Das glaubt ihr nicht Leute. Das glaubt ihr nicht. Schlecht. So. Come on. Wir machen zusätzlich noch TNT. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ist das gemein was ich mache. Oder ist das gut was ich mache. Ich habe irgendwie kein schlechtes Gewissen. Deswegen seid ihr jetzt mein Gewissen. Ist es gut. Oder ist es schlecht. Ich denke es ist gut. Das ist die Rache für alles. Wer sich mit mir anlegt. Der kriegt es doppelt und dreifach zurück. Hui. So. Zack. ich gucke es mal ob alex genug sand bei sich hat der hatte doch mal mega vieles gefahren kann es sein hier den sand nämlich sorry alex aber ich brauchte im sand so jetzt was sagt 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 und dann sagt 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 tnt tnt so dann brauche ich noch einen schalter oder eine redstone torch die kann ich mir selber machen so moment einmal ein stick gut ich mache mir einfach hier zack und zack so mein gott das wird so abgehen ich freue mich schon mega mäßig ich habe das jetzt in die luft ich jage es in die luft davor muss ich noch was trinken soll ich noch ein paar lava einmal setzen habe ich einmal dabei habe ich nicht vielleicht habe ich die dahinten gelagert einmal habe ich nicht dachte ich hätte einmal gelagert egal dann lasse ich das mit der lava wir porten uns jetzt zu liscario draußen bei mir rechtsnetz ziemlich arg und da drauf los 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 porte mich zu liscario auf pilz bio so ok haha wo ist in sein haus jetzt muss noch mal richtig hinfliegen in die richtung was glaube ich ja da ist es ja da ist ist es ja haus von liscario ok warum kann ich da ganz hinsetzen na gut dann kann ich da eben kein zins setzen setzen wir hier eins hin setzen wir da 1 hin müsste alles funktionieren so dann da unten 1 hin das müsste es auch in die luft jagen hier 1 hin so und dann da 1 hin und dann noch hier 1 hin und da oben und da in die ecke und da und dort so das ist die vorschau sage ich mal danach kommt der meteorit jetzt erstmal das hier in der luft und ihr schreibt mir in die kommentare ob ich den meteorit auch reinjagen soll obwohl ich mache es einfach ich weiß nicht so ich setze jetzt erstmal hier den schalter hin ich hoffe das funktioniert alles so warte mal das hier müsste das in die luft jagen ich platziere das dann noch anders so die jagen sich alle gegenseitig in die luft gut es müsste eigentlich funktionieren und warte so und ansetzen ja gut setzen wir das müsste gehen warte das setzen wir einfach hier hin ich hoffe dass es geht wenn es nicht geht dann geht es halt nicht so achtung ich brauche nochmal den schalter 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 oh nein ich muss mir noch einen schalter machen upsala voll fail so ok nochmal schnell weg hui kaboom 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 hui upsala hui ok kaboom kaboom auch nö ne es geht nicht alles so in die luft wie ich will ja gut dann muss ich nochmal da rein gehen und mir noch was schnorren so da oben war der stick drin ne wo ist der stick ich brauche den stick äh was hat er hier noch da ist noch ein stick so und so und so gut es ist ja nur die außenhülle kaputt gegangen so gehen wir noch hin und machen hier einmal wo schnell weg oh man das da oben geht nicht kaputt machen wir das da hinten noch so schnell weg hui ok oh jetzt habe ich eine kiste erwischt so dann hier rein dann ähm so dann so und das da oben noch zack huch hey warum ist das andere nicht in die luft geflogen das da blödes tnt na gut das lassen wir da das tnt keiner weiß dass ich das war ähm und wenn ihr wollt jag ich in der nächsten folge da noch einen meteorit rein wobei ne sollen wir das jetzt machen ne komm ich lass ihm noch eine folge vorlaufzeit äh und bis zum nächsten mal und schreibt mir ob ich den meteorit da reinjagen soll wuhuuu bis dann